hallo und willkommen zurück im mushroom wald erstmal rein trinken natürlich mann oh mann jetzt haus auch noch pilze in den trink rein und natürlich müssen erstmal wieder kopflos reagieren und den kopf abschrauben und ins gefäß hauen also machen wir das mal oh ok das ist cool aber jetzt muss ich wieder mit dem copyright claim aufpassen dass ich hier wieder das runter regeln muss wissen das ist mir echt ein bisschen ja deswegen haben auch manche ich muss jetzt um ein bisschen hier erklärung liefern ich habe ja ein paar folgen rausgebracht und da ist das mikrofon auf immer einer sehr 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 schlechten qualität zu hören und das hat aber viel damit zu tun mit copyright claims und da musste ich hier die beta von youtube aktivieren ansonsten hätte ich einfach zu viel große probleme gehabt sonst hätte ich selber dass wir alles rechts schneiden müssen und 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 somit wurde die musik raus gefiltert kann also hier aufpassen ich will aber erst mal noch worte mal abknochen ich bin gleich wieder da tschuldigung aber wenigstens haben wir hier mal ein counter drin wie viele misserfolge wir getätigt haben ach jetzt komme ich hier wieder ich komme ja ja ich komme ja ich komme ja gleich da wollte ich jetzt gerade ein bisschen zu viel und zu schnell jetzt habe ich das jetzt habe ich vergessen das vorzulesen tut mir leid jetzt habe ich das einfach nicht vergessen ich habe gedacht er labert jetzt mir den gleichen quark ans schnitzel das tut mir jetzt aber auch richtig leid so 10 von 20 aber ich glaube jetzt müssen wir trotzdem ganz durch ne nochmal ja vielleicht kann ich auch noch mal mit ihm reden ja ja da Aua, aua, aua! Feuer, Feuer! Wir sind Frankensteinsmonster. Wir haben Angst vor Feuer. Ich finde es trotzdem interessant, dass bis jetzt noch nicht mein erstes Mal das Camophone irgendwo zu sehen war. Oh Gott, so. Ich hoffe mal, das Hochladen ist bald fertig, weil jetzt gerade eben bricht wirklich alles ein. Irgendwie ist jetzt gerade die Performance im CPU. Obwohl eigentlich bei mir immer die ganze Zeit permanent 60 FPS dasteht, ne? Also ich hoffe mal wirklich, dass es nicht geruckelt hat. So, mein Freund. Quatsch nochmal mit mir. Hallo. Oh Mann. Oh Mann. So war's. So war's. So war's. Äh, fliegt man jetzt gerade mit dem Pferd? Alter, ich sollte weniger Pilze aus den Tränkestützpunkt verdrinken, ey. Na komm. Ich war ein bisschen zu weit auf einer Seite, deswegen hat es nicht, äh, fast nicht geklappt, ey. Oh, du meinst, du siehst, das ist immer sehr geil. Und jetzt kommen wir wieder. Äh, war das jetzt hier ein Unterschied zwischen linker und rechter Ziellinie? Ach so, ich glaube, jetzt habe ich die Errungenschaft aber nicht bekommen, weil ich einmal Schaden bekommen habe, oder? Ich weiß es nicht, es kam gerade eine Errungenschaft reingeflogen, aber ich bin nämlich nur kurz... Das war mal ein wilder Witz. So, da braucht ihr den Schreck in Trinken. Oh, 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 oh. Irgendwie muss man es mir ja auch irgendwie so erklären können. Okay, wieder eine Schäle. Aber kein Weg, der jetzt irgendwie hier kurzartig wegführt. Wie, oh. Ich bin einfach jetzt sicher nicht versteht, wenn ich dann hier nochmal versuche es. Das Schwert sieht eigentlich schon ganz schön aus, aber ich freue mich schon drauf wenn es noch mal eine neue Waffe gibt. Ich habe dich doch aus dem Augenwinkel gesehen, mein kleiner Schädel. Hier rüber, da rüber, runtergeballert, auf den Fuß gefallen. Dieses Übereckspringen, das mag ich ja absolut nicht. Ich kriege ja fast Panikattacken nur, dass ich rüberfliegen könnte. Wie gesagt, das ist absolut nichts für mich. Vor allem auch sowas hier. Ei, 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 ei. Alles, wo ich mich nie festhalten kann, voll nicht mein Ding. Ei, ei, ei. Oh, da unten ist wieder der Händler. Oh, da will noch mehr Pilze. Oder irgendwas anderes. Ihr Schwand, du bist. So, mein Freund, was willst du denn dieses Mal? Jack, da bist du ja mein Freund. Immer mit der Ruhe, Fanboy. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Du weißt doch schon. Du weißt doch noch. Da war dieser Pilz, den du mir gebracht hast. Er ist perfekt. Versteh mich nicht falsch. Nur reicht ein einziger Pilz nicht ab. Zehn, neun, acht. Und so warte doch eine Sekunde. Oh, großer Jack. Ich benötige noch einen weiteren Pilz. Danach werde ich dich zu meiner Frau führen. Versprochen. Ich überlasse dir auch wieder mein Freund. Was sagst du dazu, Jack? So hilf meiner armen Seele. Ich versuche lediglich die Art von Ehemann zu sein, die die Liebe meines Lebens verdient hat. Ja. In Ordnung. Nach diesem Pilz ist aber Schluss mit den Pilzen. Und bilde dir ja nicht ein, dass ich dich verschonen werde. Pilze! Ähm. Das ist ja unfair. Ja. Das ist ja richtig, mit ich sätze. So. Haben wir hier irgendwelche komischen Kuriositäten? Rumpflanschen. Nicht runterfallen. Zumindest nicht unkontrolliert. Hm. 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 Da ist es ja. Das Grammophon. Dann auf in die Musikparty. Okay, ich muss ehrlich sagen, zu dem Tanzstil hat gerade diese Musik gar nicht gepasst. Und auf zurück. Boing. 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 Das ist wirklich immer sehr, sehr knapp getimt, habe ich mich gefühlt mit den Pilzen. Und schneller geht das nochmal halt nicht. Weil er braucht seine Zeit, bis er... ...hahaha, Sackenjäger. Halt immer die Luft bis zu den anderen. Hähähäh. Sackenjäger. Gut. Da sind wir doch schon relativ gut durchgekommen mit den Schädeln. Da fehlen uns noch... ...sechs. Das ist egal. Oh nie. Ist das egal? Gute die Luft, die Luft. Das ist egal. Verstehen uns noch... ...wennst du noch... ...zahhh. D' taller. Es ist egal. Oh. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn es hier gerade Performance-Probleme gibt, ja es gibt Performance-Einbrüche, wir waren jetzt gerade bei 57 FPS, wie gesagt es ist gerade dieser Upload im Telefon, der mir wohl gerade ein Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich hoffe mal, das geht nie wirklich so tief runter. Bei 50 ist noch okay, das sieht man zwar schon, dass es da wuckelt, aber 30 oder so und 28, das wäre natürlich richtig komisch. So ist es besser. Erstmal noch einen trinken. Oh Gott. Und wieder ab mit dem Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Nochmal. Okay. Eins. Drei. 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 Das ist auch cool. An sich klingt das auch nicht schlecht. Natürlich, wir wissen ja, dass es alles Klassiker sind, die hier gespielt werden. Ich finde die aber nicht gerade so unschlecht verändert. So, dass es eigentlich damit keine Probleme geben sollte. Weil ein paar Töne sind verändert bei dem Lied. Und die machen auch nie viel von den Liedern. Das finde ich echt gut. So, ab. Kasschen mit dem Pilz. Der ist perfekt. Gut, manche. Umbringen. Zu mir. Vonchern wieder. Zum Glück werde ich hier nicht reisekrank. So, mein Lieber. Hier ist dein zweiter Pilz. Aha. Ein weiterer Beichtigerpilz. Ausgezeichnet. So, haben wir jetzt alles von deiner kleinen Einkaufsliste abgehakt? Ja. Allerdings. Das Pferd gehört. Reiten bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Und schon wieder eine Anspielung. Ich finde das so herrlich. Bei deinen Wegbeschreibungen bekommt ihr sicher nicht so häufig Besuch. Also, Entschuldigung. Also, ich fand das... Hatten wir das nicht erst in irgendeiner von den Folgen, wo so eine Anspielung... Nee. Das war, glaube ich, bei den Schlümpfern. Da war auch so die Anspielung auf ihr... Toy Story. Ich finde es einfach nur zu herrlich. So eine Anspielung finde ich einfach nur herrlich. Geil wäre es aber auch gewesen, wenn er gesagt hätte, reitet bis in Supermorgen. Das wäre auch cool gewesen. So, jetzt machen wir den Kopf und den Kopflosen weiter alle her. Ich finde es echt cool gemacht. Kann ich nichts dagegen sagen. Ich finde es echt cool gemacht. So, diesmal nehmen wir aber die andere Seite. Und ab ins Ziel. Ich hoffe mal endlich, dass wir hier bald groß sind. Dieser Pilzgeschmack in dieser Suppe, der geht mir langsam auf den Keks. Okay, hier oben ist nix. Zumindest auf den ersten Schein. Wie gesagt, ich vermute mal, ich werde auch definitiv einiges übersehen. Weg damit. Weg damit. Jetzt ist das Rohr. Weg damit. Aua. Dass er mich schocken und geprochen hat, ist ein Ding wahrscheinlich. Oh mein Gott. Weg damit. Man kann auch nicht so gut aus, weil ich mir das eigentlich gerne stehe. Also in der Hinsicht, dass man hier viel Schaden einstecken muss, muss man nämlich schon ein bisschen Frustresistent dagegen sein. Ja, manche können das hier nur mit der Krähe besser handeln, vielleicht, oh nee, vielleicht sind manche nicht beim Kämpfen besser, aber man kriegt ja null und, ich sag mal, wieder zurück. Oh, jetzt ist gerade ein paar Probleme, oh, wir waren gerade bei 50, jetzt sind wir wieder bei 60. Wie gesagt, es liegt wirklich nur an diesem Upload im Hintergrund, also wenn hier diese Folge vorbei ist, sollte ich erstmal wirklich den Upload durchlaufen lassen, bevor ich weitermache. nicht, dass ich euch doch nur wieder miese Qualität liefere. Okay, hab nicht gepackt. Das war gerade wieder bei einem Einbruch von 50. Ich glaube, es ist doch das V-Synchro ist. Aber es ist wirklich nicht möglich. nur bei manchen Stellen, aber bei manchen Stellen ist es auch okay. Das ist auch nicht permanent, das ist ja das Witzige an der ganzen Geschichte. Oh, der Fährmann. So, das letzte Getränk für die Überfahrt. Oh, das ist der Fährmann. Und woher willst du jetzt wissen? Äh, woher willst du das wissen? Äh, doch. Und woher willst du das jetzt wissen? Überschätzt dich nicht mit einem Fährmann. Nachrichten erbreiten sich hier schnell. Ich wurde schon vor Ort bezahlt, um mich zu essen, zu fahren, trinke mich aber trotzdem gerne. Erstes fliegende Pferd und jetzt auch noch ein geldgeiler Fährmann. Was kommt als nächstes? Wie du meinst? Ich hätte nichts einzuwenden gegen eine nette Ruhe Geburtsfahrt. Hört sich doch gut an. Wer hat was von mir gesagt? Oh, geil. Na dann ab, los. Los mein Freund. Los geht's. Alles einsteigen. Halt auf diesen Seelenverkäufer. Gnies die Fahrt. Denn jetzt kommt der spaßige Teil. Äh, ist das mies. Aber geil gemacht. Also, ich find's echt geil gemacht mit dem Fährmann, dass es nicht so einfach wird. Wow. Wow. Wow, Alter. Willst du mich echt verarschen? Alter. Du bist doch nicht ganz sauber, Junge. Genau. Mach' aber auch. Indesdamage. Ich weiß es nicht so richtig ob das Typ gebraucht ist oder nicht. Alter, wenn nochmal so eine Passrolle kommt, ey, nicht. Ich habe schon überhaupt noch eingestellt, dass es noch sowas gibt. Was ist denn jetzt da los? Achso. Ich bin parallel zum Schiff. Oh Gott, hoffentlich kriege ich noch genügend Lebenspunkte wieder. Machst du gleich wieder eine Fassrolle hier? Deine komischen Sperenzchen da? Ich habe da absolut keine Lust drauf. Jetzt bin ich aber runter hier. Da sind wir. Und mir ist sehr wohl aufgefallen, dass du kein Trinkgeld gegeben hast. Also, verzieh dich. Alter, schöner Seelenverkäufer. Aber hier ist die Folge jetzt erstmal schon wieder zu Ende. Wir sind wieder bei 28 Minuten. Wir sehen uns bei dem nächsten, was auch immer hier drinnen passiert. Bis dahin. Macht's gut. Und tschau. Ich muss erstmal Retaline nehmen. Also, macht's gut. circa 100 쪽. Ja. Absolut. Anya, genau direkt jetzt der P schauw.,